So, wir kommen zurück, wir sind im Funkland Spiegelheim und, ja, das machen wir jetzt auch. Alter, was ist denn los? So, hier ist dasselbe. Erstmal den hier machen. Oh nein, okay, eins, zwei, drei, vier. Ich bin doch nicht tot. Ich muss gleich loshauen, ja? Wenn wir anfangen zu leuten, muss ich gleich gleich loshauen, ja? Und nicht erst warum müssen alle gezeigt werden. Ich kann ja gleich, ähm... Ja, krieg ich vielleicht Neue oder so? Schein muss ich wieder Neue da ein- Neue da ein- Neue da einkehren oder was? Ja. So. Leute, so funktioniert das hier. Irgendwo ist hier einer eingesperrt. Ich hör ihn doch. Komm, geh nach unten! Komm, geh nach unten! Geht nicht, ich muss jetzt noch mal in den Weg gehen. Die Schar ist unkont- unkont- zurück nach links laufen, ja? Wir kommen in den Spiegelhallen. Es gibt ja einige Massagen, bei denen du alleine auf deinen Spiegel angewiesen bist. Wenn du hier stehst, dann bleib auf Ball. Okay, ja, das ist... Das ist wirklich so. Wir sind solche komischen Hunde, ja. Ja, kommt das los! Hier kommt es in den Passagen. Da bin ich hier in den Spiegel angewiesen. Seht ihr? Seht ihr? Okay, gut. Da ist irgendwie... Ich weiß nicht. Es aktiviert schon mal, okay. Oh! Wow, knapp Leute, knapp. Okay. So. Es hat mich dann hängen! Ich weiß nicht, dass die... Angelegen, die sind, die sind klein... Das ist komplett leiser! Ich bin auch nicht klein! Da ist es mit einem wasser, das ist die Böse. Ich bin der Böse. Ich bin der Böse. Ich bin der Böse. Und ich bin der Böse. Aber du bist jetzt... Aber du bist vielleicht noch mit dem Hände. Du bist der Böse. es gibt wirklich Let's Player ich will jetzt keinen Namen nennen aber es gibt Let's Player die schieben ihre Unfähigkeit oder wenn sie irgendwas falsch tun oder wenn sie irgendwie Scheiße bauen oder sie es schaffen schieben sie auf die Steuerung es ist wirklich so aber bei mir ist es wirklich so es gibt Leute die schieben sie auf die Steuerung obwohl sie obwohl die Steuerung gar nicht zusammen kann oder das Spiel ist scheiße oder irgendwas aber hier ist es wirklich die Steuerung Leute hier ist es wirklich die Steuerung ich sehe da oben und ich muss noch mal warten wenn ich wenn die Steuerung nicht schuld ist und ich Scheiße baue dann schiebe ich es dann zeige ich das ist dann mein Fehler und dann habe ich auch Scheiße gebaut aber wenn die Steuerung mir solche Scheiße baut dann ist das Ding schickt wir müssen ich bin aber es ist so hier wenn ich es dann ich wusste ich was ich machen wollte das Ding ja absicht hier ich muss das Ding spuckt in die Oma's Fässer aus die hier Das funktioniert genau Wie bei diesem Nimm ihn doch So Er hat's was so gemacht Oder Werfen geht nicht, weil er es nämlich abhaut Alter, wie denn Nein Alter, wie hat er das gemacht Ich hab's mir mal angeguckt Du hattest es so gemacht Oder Es ist mir länger her, Leute Ich hab mich natürlich Von unten angreifen Ja, ich weiß, wie das geht, aber Oder ich mach's gerade falsch Alter, was ich hier am Münzen verliere Das ist nicht mehr schön Andere Kontrolle kann ich nicht benutzen Weil der ist schon eine Mülltonne Der ist schon fort Den kann ich nicht mehr holen Der ist schon eine Mülltonne Und Die wurde heute Morgen geholt Und ich hab keinen Andere Kontrolle mehr Nur diesen hier Alter, wo ist der Ausgang denn Alter, lass mich doch hoch Ja Steuerung Ich liebe dich Du bist behindert Alter, was ist denn der Mist geworden Was ist denn der Mist geworden Steuerung Ja Komm, gib mir das Fass Was muss ich machen Ja Er geht hoch Aber Aber er muss das Bild treffen Aber wie denn Wie denn Er geht dann immer hoch Es ist die Wurken Ich geh die Hände hoch Ich muss die Hände angreifen So ist es Ich muss die Hände angreifen Ja, genau Du bist nämlich aufgetroffen So ist es richtig So ist es Alter, was ist denn Alter, was ich hier Münzen legen Lass Es ist der Ist der Ist der Oh shit Ja Alter, wo ist es denn Nein Da war es Zufall Ich habe das jetzt kommen sehen Ja Ich habe das jetzt kommen sehen Ja Ich habe das jetzt kommen sehen Und es ist dann nichts davon alleine So, das war es Und ab hier ist es völlig blind Ab hier ist es wieder völlig blind Nein Nein Ich gehe Eine Uhr Ich wollte mal so ein komisches Ding zum Zum Auffüllen Also zum So ein Energie Weil du sie piepeln müsste da jetzt wegkommt Und mir echt leid Ah, was mache ich denn Das ist doch voll einfach Ja Ja, nach links laufen Ist du dich Warum hältst du dich wie fest, Mario? Warum hältst du dich da nicht fest? Warum hältst du dich da nicht fest? Gut Ja, jetzt ist ich nicht fest Mann, was muss ich denn da machen? Alter, ich bin zu dumm, ich bin echt für alles zu dumm Ja, äh alles Mann! Mann! Mann, nüt! Mann! Mann, réralgābe sauk blinkере! Mann! Mann! Nass du dich das nur. Mann! 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 Wie zum Teufel, wie zum Teufel soll ich denn da hoch kommen? Häh?! Häh! Das ist eine Schlafaux! Scheiße Leute, wir haben das Ding, ist egal. Da oben hat auch dieses komische Goldene, aber das scheiße ich jetzt. Du musst es durchschauen, dass ich überlebe, ja? Was ist denn das Ding? Ich will jetzt nicht so doofen Stachel vorbeikommen, ja? Okay, ich will mir gut arbeiten. Sie ist mir weg. Alter, ich hab's geschafft. Das ist aber geil gemacht. Findet ihr eine geile Idee, sowas, ja? Die Energie. Mann, du störst grad. Hau doch einfach ab. Was ist denn die Energie zu haben, ja? Ach, jetzt hat er mich gefickt. Verschwinde doch einfach! Hier ist nichts, oder? Doch. Hannover? Muss dröten! Erbet�방er. Tommy Wack! Hier ist nichts zu viele brakes. Bleib direito! m wer ist und ich finde das was geile als sie schon bis jetzt ist kein muss Hier, einfach Man muss hier halt mit Ding her Gut Ich wohne nicht hier rein, Leute Genau Ja, ist klar Ja, ist klar Ist logisch Sonst geht's ihm gut, oder? Oh, shit Ich muss noch mal hin Okay, es ist nämlich fast geschenkt, dieses Ding hier Ja, das ist easy So, kann ich hier weiter, oder muss ich wieder hinauf? Ich könnte hier weiter Oh, eine Arena Tja So geht das, Leute Alter, willst du mich verarschen, oder was? Alter Ancha Steh auf, Mario Ich höre ihn, aber wo ist er? Ja, ich hole dich, ja, ich bin dabei Deine Monster werden nur im Spiegel sichtbar Lose deinen Umgebung im Spiegel Werf ihn nach an Aber denke, er steuert an den Spiegel-Effekt Okay Habe ich fürs Danken Okay, Leute, Mann Okay, Leute, Mann Ja, ich muss hier rein Gut Ja, ist klar Das war ein Scheiße, das wusste ich jetzt nicht Wo muss ich denn hin, überhaupt Warum springst du denn nicht, Mario, warum springst du nicht, Mario, warum springst du nicht? Es kann doch nicht so schwer sein, einfach springen Ich könnte hier auch laufen, aber Alter Und ich laufe links Ah, links habe ich nämlich keine Stachen Ich will, dass ich das so sehe Ich kann ja kurz drauf Kurz kann ich ja drauf, ja Aber nicht allzu lange Ja, drin, drin, drin Jawohl Das goldene Ah, scheiß auf das goldene Ding Ähm, hoch Ähm, wie bitte soll ich das so schön schaffen? Lüber Das war nur für das Aber wo geht's denn weiter? Wo geht's denn weiter, bitteschön? Hä? Wo geht's denn weiter? Es geht doch nur nach links Hä? Los, ich bin da ein bisschen überfragt Hä? Warte, wo muss ich denn hin? Hä? Ich kann natürlich gar nicht weiterlaufen So, wie wir können Aber hier ist die Arena, hier geht's ja Okay, das war nur Das war nur für den, äh Ja, für den ungen Steiger So, die Tür Ich muss da hoch, oder? Okay 500 Münzen kostet mich der, schwarze Spaß Wo starte ich jetzt In den Staffeln Ist ja geil Ja, klar Jetzt kommt er nicht mehr zurück, oder was? Ja, wieso auch Aber wenn hier jetzt nur ein halbes Herz hätte, dann müssen wir uns nicht sterben lassen Das sind die, die im Spiegel erscheinen, ja? Ah, die lasse ich jetzt mal links liegen Ich muss es aber machen, ich muss da rein Aber zuerst gehen wir nach rechts Und was es hier so gibt Deine Key ist gut Hier ist die Kühne, ich hast es drüber Okay Jetzt drüber Okay, wo ist die Kühne? Okay, manche kommen jetzt nur im Spiegel sichtbar Manche Gegner Und wie das aussieht Lass mich doch einfach drehen Alter, das ist ja voll Jawohl! Und die gerade noch Das war absolut knapp jetzt gerade Nur mal eins, kurz auf 17, aber Scheiß drauf Okay Gut da Entschuldigung und einmal und der Tag wusste ich damals sie nicht damals ist ich hatte es seit zwei Jahren immer gespielt und ich wusste was man das machen kann ja also von dem her das war so oder nein und der andere brauchte nur zwei ähm ähm komm spuck was aus genau mann lass mich doch alter jetzt ist er vorbei hier das war's ok so so und der fein dabei ist nicht gut das war glaube ich nur für die Scherze zu hören wir haben es auch ein Schalter was mach ich denn lass mich los oder kann ich dann nichts nicht weiter ja das war scheinbar nur für die Schalter hopp ja 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 wie funktioniert das? Kann man das erklären? Das check ich nicht. Tut mir leid, check ich nicht. Weiß ich, was ich da tun muss. Aber wo muss ich denn hin, verdammt der Wichs! Also unterfahren soll ich auf keinen Fall. Wo ich da hin kann. Ah, hier ist das Ende. Habe ich genug? Ah, hier ist das Ende. Habe ich genug? Ich fehlen zwei. Eine Uhr? Ich fehlen zwei Gestale, Leute. Okay. 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 Das ist jetzt im Klartext. Wir müssen... Das ist jetzt im Klartext. Das ist jetzt im Klartext. Das ist jetzt im Klartext. das ist im Klartext. Das ist das ist im Klartext. Nee, das geht nicht Ich kann definitiv nicht so weit springen Wie, wie, wie ist denn das, wie ist denn das, wie soll ich das bitte verstehen? Ah, ha, 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 ha Aber das ist nur einer Ich find trotzdem noch allein zu sein Das, zu zu, das reicht nicht Leute, da haben wir jetzt. Das war ja dumm akismus Und das chest Get ready Leute, aber... Ohne Spaß jetzt... Und mir fehlt einer... Scheiße, Leute, mir fehlt einer... Leute, mir fehlt einer... Fuck... Fuck, und jetzt? Na, und die Ballon hinnehmen... Diese Ballon komme ich nämlich zum Anfang zurück... Denn das bin ich am Anfang... Was, ich mache ein Kristall... Hier war ich schon drin... Ja- Ich wein... Ich wein blah... aber ich weiß jetzt nicht wie ich weiß es leider nicht wie ich das ist ein Mist, das ist nicht wie ein Fick oh ja es ist logisch, ja ja Leute, ich brauche immer den Kristall, den anderen bekomme ich selbst ALTER neulich habe ich am Inter des Stars gekauft das müsste ein weiteres Begriff sein ist ein Spiel von Steam kostet jetzt im Moment 19,99 ich habe dafür nur 17,99 bezahlt weil es da eine Aktion war ja ähm alter und ähm ich hab da schon gezackt hab sogar aufgenommen aus irgendeinem Grund hat Fraps die Aufnahme also die erste Aufnahme war gut aber dann hatte ich dann hatte ich aber irgendwie ganz viel Aufnahmen von immer so 10, 10 Sekunden sowas und ich verstehe nicht warum ja ja entweder äh hat Fraps sie auf alter scheiße, 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 scheiße ähm aber ja, ich weiß nicht Fraps hat das dann immer nur 10 Sekunden aufgenommen oder halt ja, nicht nicht so nicht so wie er aufnehmen sollte obwohl ich die Taste N nicht benutzt habe ich hab die nicht gedrückt im Spiel einfach die nicht hat benutzt im Spiel man braucht nur die man braucht die Maus W äh, die Pfeiltasten W, A, D Q und E und das war's mehr braucht man nicht die im Spiel warum warum es warum er mir die Aufnahme jetzt verkackt hat weiß ich jetzt nicht, ja was auch im Spiel machen wenn und im Spiel machen wie ich oder wo wir ести das 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 ist das der das das ist so was machte ich denn er sagte er ist eine echte Mäbbel in seinem Becher wenn er drin ist der kommt nicht raus das heißt aber du musst mir erst im Inneren des Bechers heißt für mich im Klartext das heißt wenn er im Becher ist kann ich ihn ab kann ich ihn abwerfen du musst ihn mit gegen den abwerfen so ist das für mich das in Maraport ich muss mir aufpassen das ist die Werkszahl ordentlich habe ok ich gehe lieber ich muss ja nur auf die Fremse aufpassen damit die immer da ist die Fremse so ja ansonsten das haben wir ist egal vielleicht muss das machen ich weiß nicht ok 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 gut dann sehen wir uns wieder ein 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 das das Hier ist es... Alter. gut Wohin? Wohin? Wohin du wahrscheinlich? Ja, hier von der Arena. Jetzt nach rechts. Oder? Ah! Wohin du! Okay, jetzt fangen wir auf die Schatztruhe. Oh. Ich habe die Blancholte aktiviert, dann rechts habe ich sie geholt. Okay. Das brauche ich jetzt nicht mehr, ich habe das ja gemacht. Natürlich muss ich den wappen. Alter Scheiße, verdammter Dixer. Come here, du blöder Hurensohn. So, hilf mir mal. Das ist ja auch ein. Ich hab' das... Du hast ja keine Ahnung, die du bist. Ich hab' nicht auf, dann hab' ich rauslos. Ich hab' mich gefährlich und nochmal eine Ehre. Du hast ja eine neue neue Leine. Ich hab' gemerkt. Du hast ja gar nicht Angst, du hast drei, zwei, 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 drei, drei, zwei, drei, zwei, drei, 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 zwei, drei, 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 drei! Der Leine. Der Leine. Der Leine, der hat ein paar Berliner. andere Kiste drin, ja? Kann ich sagen, nee, ich muss in der Kiste, nee, ist immer mal anders drin. Alter, lass mich doch mal sehen, das ist einfach sein aus, Mario. Nein, 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 wo ist es denn, wo ist es denn, wo ist es denn? Ich muss keinen Sinn gehabt haben, dass die Spielentwickler hier das Tor so gemacht haben, dass es uns nicht vorbeitschieben kann. Hier ist es drin, nein, nein, ein von den zwei muss es drin sein, jawohl. Alter, ich habe 400, 751, 157 und bin... Alter, wie sie aussehen, ja? Alter, wie ich sie nicht treffe? Alta Verhaltenszelt Deshalb wirst du nie sagen,ispISA Es ist keine Ahnung, den Stein nehmen, oder? Alter, was ein Wichser! Wo ist die denn jetzt? Ah! Haha! Okay, was ist denn Sinn gehabt? Und ich glaube das ist eigentlich nicht mehr, aber... ...was ist mit dem System. Ah! Ah! Ich versteh das! Wenn ich was mache, dann... ...fällt was unter. Das ist untergefallen jetzt hier. Und wenn man auf das ist, dann schlägt es nicht vielleicht den vermeintlichen Sacklassen. So soll sich so gut umsehen. Ja, wir müssen den nächsten Aussehen, aber die Infektion und Schindigte, ja... ...das habe ich jetzt auch schon... ...gemerkt. Nein! Ich muss jetzt nochmal machen. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ich habe die, ich habe die Dinge. Ich brauche sie nur noch. Ich muss zum Ende kommen. Ich muss zum Ende kommen. Ich steck's mehr. Ah, kommt wieder hoch. Oh! Das ist zum Ende. Alter! Ich bin hier. Hier! Hehehe, wieder wieder ist es mal gut. Jetzt habe ich es schon nicht geschafft, aber ich gehe jetzt noch ein bisschen Rekki holen. Nochmal. Gib her! Jetzt habe ich mich auch nur getroffen, Leute. Jetzt habe ich mich auch nur getroffen, Leute. Jetzt bin ich untergesprungen. Wieso? Jetzt bin ich untergesprungen. Wieso? Wieso? Aber ich habe nur noch nie eine Unter волffung. Ich bin untergesprungen. Ich bin untergesprungen. Ja. Was? Alter! Nee, halbes Herz nehmen. Leute, ich check's nicht. So. Leute, das ist lange apart jetzt. Sehr lange apart. Guten Tag. Hey, komm, geh in dein Becher. Geh in dein Becher! Geh in dein Becher! Ich geh hier ran, okay. Ich geh mittler an dieser jetzt. Echt? Was? Da war er doch! Er war hier! Da war er! Alter! In der Mitte, okay. Rechts! Er ist rechts! Er ist rechts! Wieder rechts! Ich weiß nicht, ich... Ich bin nicht dumm! Ich weiß nicht. Das ist rechts. Ich weiß nicht. Naja, verschwindet man. So. Das ist ein Spiel, das kann ich ja. Das ist ein... Alter! Mitte. Ja, komm. Mitte. Da kann man nicht erkennen wo er ist, oder? Da kann man nicht fehlen. Man muss wirklich... Warte, wie du das wärst, wenn... Das wird so schnell werden, dass ich das ja nicht schaffe. Ah, du wolltest nicht verstecken, du deine Huren zu, hm? Nicht mit mir. Ja. 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 Na, ich brauch' nicht, ich brauch' einen Verbrauchstau'n. Ich muss nur einmal in das Richtige erwischen. Da! Das war ein Treffi. Da! War eine Friede, kein, jetzt haben wir mal eine anuntergelaufen! Alter, rechts oder links? das ist das ist das 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 Alter, jetzt ist heftig. ALTER! Ich hatte keine Ahnung! Oh, ich muss ja mal eintreffen. Alter! Was ist so schnell? Das ist ein Glück, der mit den zu treffen, ja? So, ich hab dich kümmern nochmal. Weil der fällt von alleine runter, der müsste doch einfach sterben. So, er ist rechts. Aber ich hab wieder recht, ich weiß es nicht. Nein! Alter, nein! Alter! Das ist mir zu schnell! Jawohl! Eingesackt, Leute! Was für ein langes Level! Okay! Okay! Das sieht nicht gut aus! Und heute, wir machen den kleinen Schnitt! Und jetzt noch nix mal wieder! Nicht vergessen! Müsst ihr mich mal kommentieren! Teil mit mich! Abonnieren! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!